Mein Name ist Sascha Jendrich und ich habe jetzt hier diese siebentägige Ausbildung bei Dr. Norbert Preetz gemacht zur Hypnoseausbildung und ich kann sagen, dass das eine richtig tolle Ausbildung ist. Ich beschäftige mich schon seit meinem Studium mit Hypnose und habe kennengelernt, wie stark die Kraft der Hypnose ist. Und im Laufe dieses Prozesses habe ich durch Norbert auch Dave Ellman kennenlernen durften und die Schule, die er unterrichtet. Und hinter Dave Ellman stecken 50 Jahre Erfahrung, 50 Jahre Entwicklung, 50 Jahre immer mehr Hypnose verbessern, verfeinern und eine Möglichkeit entwickeln, wie man Menschen auf ganz natürliche Weise beibringen kann, dass sie sich letztendlich selbst helfen können. Und ich habe immer darauf gewartet, dass ich diese Ausbildung nach Dave Ellman von einem sehr erfahrenen Hypnose-Therapeuten erlernen darf. Und ich war jetzt überaus glücklich, dass Norbert jetzt endlich diese Ausbildung angeboten hat. Und ich kann nur empfehlen, diese Ausbildung zu machen, denn es ist eine unglaublich gute Erfahrung auch für einen selbst, die Kraft der Hypnose zu spüren und darauf zu vertrauen, dass alles, was man braucht, dass das alles da ist. Und darum sieht man eben aus zwei Gründen, dass zum einen die Ausbildung mit ihrer Verfeinerung immer wieder verfeinert und der stetigen Entwicklung. Und zusätzlich darüber hinaus eben wie Norbert einem sehr erfahrenen Hypnose-Therapeuten und auch Lehrer, welcher ein unglaublich geballtes Wissen über Hypnose hat und eine unglaublich große Leidenschaft auch für Hypnose mitbringt. Und welcher 20 Jahre lang Hypnose praktiziert, 300 Hypnosen pro Jahr und einfach eine riesige Sicherheit mitbringt. Und diese Sicherheit, die Norbert hat, diese Sicherheit haben wir hier alle bekommen, diese Sicherheit habe ich. Und ich freue mich riesig darauf, nächste Woche schon Leuten helfen zu können, mit dem Rauchen aufzuhören und am Ende der Woche Leuten zu helfen, dass sie wieder sich selbst mehr vertrauen können. Ich freue mich riesig darauf und ich bin unendlich dankbar, das lernen zu dürfen. Dankeschön. Musik 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 Musik